Unwissenheit großartige Sachen, als hätte ich eine Crew, die mir hilft, nein aber die sind immer sehr, sehr freundlich formuliert und dann hat es daneben noch so ein leicht freizügiges Foto einer Dame die man so, ja man kann so erahnen, was das Foto zeichnen soll aber es braucht immer noch so ein bisschen Fantasie solche Kommentare kommen immer in Sekunden, sobald ich ein Video publiziert habe, jetzt habe ich gerade wieder einen Shorts publiziert, um auf den Livestream vom Dienstagabend hinzuweisen und ja, wie bestellt kommen sie wieder diese Kommentare mit den freundlichen Botschaften und den vielsagenden Fotos ich werde immer wieder darauf angesprochen Raphael, wo kommen die denn her, wie machst du das, wieso hast du das ich bin da ziemlich ziemlich unschuldig, mein Anteil daran ist, dass ich YouTube-Videos mache und das halbwegs erfolgreich und die schauen halt, wo lohnt es sich und offensichtlich lohnt es sich hier vielleicht ein bisschen nein, ich glaube nicht, dass sich das wahnsinnig lohnt ich glaube, das Publikum hier ist viel zu schlau, um auf so einen Blödsinn reinzufallen aber wer weiß, irgendjemand macht das ja und hat das irgendwie automatisiert und natürlich, das kostet nicht viel, solchen Blödsinn zu organisieren, aber trotzdem wenn es überhaupt nichts bringt, warum macht man es dann? Naja, und was bringt es denn? Naja, wenn man dann draufklickt draufklickt auf diese Kommentare, auf die Profile dieser vermutlich Damen dann ja, dann hat es da halt Angebote und Sachen, die man noch klicken könnte und die dann weiterführen ja, wie halt immer im Internet, wenn man solche Sachen sieht wer draufklickt, dann sieht man noch mehr und wird man irgendwo hingeloggt vielleicht funktioniert diese Masche wirklich besser, als wir alle denken aber ich bilde mir ein, das bringt überhaupt nichts nein, aber das ist der Grund, warum es diese Kommentare jeweils unten an den Videos hat ich finde die überhaupt nicht toll ja, anfangs fand ich es lustig, dass da jeweils diese schmeichelhaften Kommentare waren aber inzwischen ist es wirklich nur noch eine Plage und ich hoffe, YouTube kriegt das endlich mal in den Griff, dass die verschwinden jedes Mal, wenn ich die sehe, mache ich die manuell weg da muss ich immer draufklicken, dann melden und dann noch blockieren auf dem ganzen Kanal das ist immer ein bisschen Handarbeit, aber nein, das will ich wirklich nicht und es ist ja auch nicht so, dass ich zu wenig Kommentare hätte ich würde gern jeden Kommentar beantworten der hier reinkommt, aber das schaffe ich einfach nicht mehr aber ja, diese nervigen Werbekommentare, die stören wirklich immerhin in den Livestreams haben wir die nicht mehr, in den Livestreams gab es mal eine Phase da hatten wir das, aber seit wir in den Livestreams da die Schraube ein bisschen angezogen haben ein paar haben ja den Trick verraten einzustellen, dass man nur noch alle 25 Sekunden posten kann und dass man mindestens 5 Minuten lang schon ein Abo haben muss bevor man posten kann Seite ist das Problem da gelöst, aber unten an den Videos taucht es immer wieder auf also ihr müsst jetzt mal darauf achten unten an diesen Videos dürfte auch sehr sehr flink wieder solche Kommentare auftauchen aber wenn ihr das Video nicht innerhalb der ersten 10 Minuten oder so seht habe ich die Kommentare vermutlich längst wieder weggepfeffert also mal schauen, ob ihr die Kommentare überhaupt seht und was ihr davon noch seht aber ich fürchte, die kommen immer wieder bis die es YouTube irgendwann in den Griff kriegt ich kann es einfach nur so Sisyphus mäßig immer wieder rauswerfen aber da kommen immer wieder neue meine große Hoffnung ist wirklich, dass niemand von euch da drauf klickt und dass es darum überhaupt nicht funktioniert für die Leute und die dann irgendwann von alleine damit aufhören, aber danach sieht es ja auch nicht aus also falls ihr noch Fragen habt zu diesen Bots immer her damit ich beantworte dich sehr sehr gerne ich weiß einfach nicht wahnsinnig viel darüber und wie dieses Geschäft wirklich läuft und wie sich das rechnet ich habe viel mehr Fragezeichen also falls jemand Antworten hat unbedingt unten rein kommentieren da bin ich noch viel gespannter drauf falls das Video gefallen hat Daumen nach oben falls ihr findet oh Raphael hat wieder diese gekauften Kommentare Nein, das sind wirklich keine gekauften Kommentare wie gesagt, ich habe überhaupt keine Lust drauf und ich brauche es auch nicht und man kann sich ja auch Kurven angucken und dann sieht man schon welche Kanäle tendenziell ein bisschen schummeln und welche ein bisschen weniger und das müssen wir hier wirklich nicht der Erfolg ist ja auch klar wie das hier immer wächst, ist verrückt da haben die jetzt gerade die 80.000 geknackt also großes, großes Danke an dieses wunderbare Publikum und ein bisschen weniger großes Danke an diese paar wenigen blöden Bot-Kommentare die jetzt sicher auch gleich wieder hier sind die ich jetzt gleich löschen gehe also, bis gerade Bis zum nächsten Mal 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 Bis zum nächsten Mal